Im Jahre 2000 Anno Domini, so belegen es die alten Schriftrollen aus den Geheimarchiven des Vatikans, wird er emporfern, der namenlose Fürst der Dunkelheit. Heute ist das Ende aller Tage, hier in der einsamen, gespenstischen Kulisse von Transylvanien, kurz nach Mitternacht, erscheint es angebracht die Welt. Guten Abend, mein Name ist Graf Dracula. Und ich bin Fürst Hölle. Was luchst du mich jetzt so komisch an? Verdammt, mein Hypnoseblick scheint wirkungslos. In den Staub, du weißer Hai. Ich musste etwas ins Ölchen flüftern. Mach hin, ich muss heute noch die Welt zerstören. Au, du beißt mich. Hey, ich hab keine Zeit fürs Klutschen. Wiss das, wenn du Blut drin seid, das passieren wir doch sonst nie. Hör auf mit dem Scheiß. Verdammt, ich krieg Unterdruck im Kopf. Ich bin Satanas. Was für ein Chef? Ach, Sie sind das? Ach, sagen Sie das doch gleich. Oh, Junge, hast du einen Biss? Entschuldigung, gehen wir einen trinken? Nein, ich muss... Ach, komm, was soll's. Ja, was macht die Familie? Ja, muss. Okay, okay, nicht verstanden.